Hallo und herzlichen willkommen zu einer neuen Folge von American Truck Simulator Staffel 3 Reloaded. Heute fahren wir bzw. die aktuelle Tour. Wir werden in Montreal Pause machen, aber wir fahren diese Tour 97.000 Pfund schwere Fräsmaschine von Iroquois Falls. Nach Becoumeau, Quebec. Es sind 1307 Kilometer oder sowas, und wie gesagt, wir werden in Montreal eine Pause machen. Wir fahren auch tatsächlich durch Montreal durch. Und tatsächlich sogar so durch, dass wir dort eine Pause machen können. Das passt perfekt, danach fahren wir dann hier weiter hoch. Schnurgerade, vermutlich am Fluss, am See, am... Äh, okay, warum? Ich bin hier drin, hallo. Oh Gott. Ja, das wollte ich nicht. Gut, dann wollen wir mal los. 1000 km, 8 Kilometer, also um den Dreh. Äh, wie gesagt, wir fahren erst Brummioverder für die Strecke. Wir legen uns dann hin, tanken müssen wir auch noch mal zwischen durch. Das muss man sich wieder ein bisschen dran gewöhnen, dass man jetzt ein bisschen mehr zu ziehen hat. Also nicht nur ein bisschen mehr, sondern auch etwas Längeres zu ziehen hat. Äh, nach dieser Tour sollten wir dann Level 10 sein. Dementsprechend können wir uns dann unseren, äh, weiß es noch gleich, unseren Mech Titan Superliner besorgen. Und das Geld dafür haben wir sowieso. Mal gucken, ob wir schon unseren neuen Level, ach, ob wir schon genügend Level haben. Und, und, um, uns, ähm, weiß ich noch gleich, um uns, äh, weitere Upgrades zu besorgen. Bin gespannt. Interessanterweise hast du auch beim letzten Mal auch hier angefangen zu rücken, oder nicht? Täusche ich mich da? Oha. Gut, dann, äh, haben wir halt mal ein bisschen Gewitter. Ähm, 1.800. Okay, jetzt geht der Kapitel runter und dann, äh, hoher und dann. Dann wollen wir erst mal ein bisschen durch den Regen fahren, in Berlin wird der sauber. Wobei, weißt du nicht, ob er dreckig war. So eine Wasch, oh das ist auch schon nice, wenn das irgendwie, ich meine bei beispielsweise GTA und Landwirtschaftssimulator und was weiß ich, was es nicht alles gibt, ist ja auch, ist ja auch die Möglichkeit, dass es halt nach unterschiedlicher Benutzung und Aufgabengebiet ist es dort vorkommt, dass, sag schnell, dass es Schmutzpartikel auf den Fahrzeugen gibt. Was schon ganz nice ist, wäre es schon irgendwie nice, wenn man, wenn es auch hier so ist, dass man auch diesen Franchise so gesehen, sag schnell, auch die Möglichkeit hat so gesehen, dass man halt, dass die Fahrzeuge und die Trader schmutzig werden, dass man die sauber macht und so weiter und so fort. Mal schauen, vielleicht kommt das ja noch. Falls es überhaupt möglich ist mit der Engine, also vielleicht nicht jetzt, vielleicht irgendwann mal, wenn die Engine dafür ausgelegt ist, mal schauen, man weiß es nicht. Ich hoffe nicht, dass wir allzu quell an Chaise fahren, sowohl jetzt in dieser Folge als auch in der nächsten Folge. Da habe ich ehrlich gesagt wenig Lust. Noch lieber hier mit 103 Kilometer pro Stunde durch Kanada rollen als mit, keine Ahnung, 80. Anstelle von 100 Kilometer pro Bemerkt. Ich bin auch echt gespannt, wo unsere erste Tour mit eigenem LKW dann führt. Ich meine, es kann überall hinführen. Es kann komplett nach Osten von Kanada, komplett nach Westen von Kanada. Es kann komplett in den Süden von Amerika gehen. Die erste Tour. Roundjob, also vielleicht nicht komplett, aber das sind so die Richtungen. Ich bin gespannt. Was mich halt auch interessieren würde, warum das mit dem Mac CHU Pinnacle nicht funktioniert. Ich dachte, der wäre da drin. Muss ich mal gleich nach dieser Tour. Am Ende der nächsten Folge muss ich da nochmal nachgucken. Ein Truck Browser Editor, keine Ahnung, wo man doch die Trailer und so weiter hat. Ob der da drin ist, ob man den irgendwo hat. den Mac Titan Superliner, den haben wir auf alle Fälle schon mal gut. Und wie es aussieht, erreichen wir Quebec. Hat das nicht Quebec? Ne, war nicht. Ne, war es doch nicht. Genau. Oder was? Oder was? Judith? Oder. Alter! Oder provider Aqui. Squeezin, bei mir das land! Da, Amerikan, bei mir und sage. Das Marikas Dassel. ぉ Cec какой'n G��rich? Nun. Ich weiß nicht, da kommt der uns noch, oder? Ich bin unsicher. Und das ist ordentlich. Ah, okay, ja, ist Wacke weg. So kenne ich mich jetzt überhaupt nicht mit den Dings, mit den Plänen. Die Provinzflacken in Amerika, nicht nur in Amerika, sondern auch in Kanada aus, also sowohl in Kanada als auch in Amerika aus, aber irgendwie war das irgendwo in irgendeiner Zelle hinterlegt. Wir müssen auf jeden Fall tanken. Wenn wir die Möglichkeit haben, über den Highway, also quasi einen Highway Patrol Station zu erwischen, oder einen Highway Buckstop, dann machen wir das da. Ansonsten probieren wir das entweder mit dem Trailer, wahrscheinlich aber eher ohne dem Trailer, je nachdem, dann innerorts. Weil tanken müssen wir auf jeden Fall. Da führt kein Weg dran vorbei. Und was mich auch interessiert, was wir so alles für Trailer dann haben, wenn wir unseren eigenen LKW haben, dann können wir ja auswählen, was für einen Trailer, was für ein Design wir wählen wollen. Mal gucken, was wir dann da so für Auswahl haben. Wir kriegen was garantiert auch hin, dass wir dann ein bisschen mehr Abwechslung haben, als so die standardmäßigen Sachen. Wir kriegen mal gespannt, ob wir jetzt raus müssen, das ist auch die Waage. Ammonium-Nitrate, ok. Dann war ja klar. Warum da nicht irgendwie ein... Ich verstehe zwar jetzt nicht ganz genau, ob da jetzt ein grüner Punkt ist, weil wir müssten da ja hin. Ja, ich bin verwirrt. Ich muss da nur noch drauf fahren, sonst sollten wir umfahren. Ist mir nicht verwirrt. Hm, gut, egal. Ja, dann wollen wir mal weiter Richtung Muniwaki, beziehungsweise. Beziehungsweise nach Montreal. Längere Zeit nicht mehr da gewesen, glaube ich. Oder? Oder war... Ach, Moment, in Montreal. Ah, fuck. Eigentlich können wir gar nicht in Montreal eine Pause machen, weil wir müssten ja... eine Detour fahren aufgrund des Trailers. Gucken wir nochmal kurz nach, wo wir sonst Stop machen können. Ja, dann fahren wir hier raus. Und beenden das kurz vor Montreal. Die Folge. Dann, ähm, wir können ja nicht den Navi-Weg wählen, weil wir ansonsten, ähm, ja, aufliegen. Hängen bleiben, im wahr Sinne des Wortes. Es ist eigentlich ganz gut, dass wir kurz vor Montreal noch einen Truck Stop haben. Dann können wir auch dort sowohl tanken, als auch uns, äh, aufs Ohr hauen. Ich meine, zeitig gesehen, sind wir Dienstag-Frühnachts da, aktuell, damit durchfahren würden. Ähm, aber wir werden auch erst am Mittwoch erwartet. Und daher... Wir haben genügend Zeit. Hey! Ach so, es verengt sich deswegen. My bad. Mein Fehler. Egal. Guck, dann fahren wir jetzt wieder ganz gemütig über die Country Roads. So, 78 Kilometer pro Stunde, aber sollte reichen. Man soll aber auch nicht zu dicht auffahren. Ja, das ist halt echt ein bisschen nervig, dass man jetzt hier wirklich... ...und 78 Kilometer pro Stunde sind wir sogar noch scheinbar viel zu viel. So wie es ausschaut. Wir hören hier richtig auf. Wie langsam wollen wir denn noch werden? Na, heilige Scheiße! Als ob ein Traktor vor uns fahren würde, ey. Boah, dieser Schleich, ja. Und 70 Kilometer pro Stunde ist immer noch so schnell ernsthaft. Ist das schon nicht immer feierlich hier. Ja, ja. Du kannst du unbedingt fürnehmend beantworten. Guck, du kannst du nicht mehr? Und du kannst wieder gehen. Und du kannst, du kannst du Mahn. Und du kannst du nicht mehr. Weil du kannst du nicht mehr, weil du kannst. Es ist gut zu wissen, dass wir ein Voltar dran haben. Also das verstehe ich halt echt nicht, dass die KI hier teilt, also sie fährt ja, also dass sie langsam fährt, ist ja schon nervig, aber dass sie jetzt noch so langsam fährt, das sind ja 32 Kilometer pro Stunde unter dem Tempol, damit es ist ja echt schon ein starkes Stück. Da kann man ja vorsehen, dass man irgendwann überhaupt irgendwann ankommt. Ja, wir tuckern mit 42 Miles Power roundabout. Gerade über die Piste. Wenn die 55 Miles Power fahren würden, dann wäre es ja besser noch in Ordnung, dann wären wir sogar, keine Ahnung, 90 Kilometer pro Stunde, grob geschätzt, grob überschlagen, aber das, hallo, das ist doch echt schon, wie lange, oh Gott, hier sind wir gleich erst, ist aber noch ein ganz schönes Stück. Mal gucken, ob wir da überhaupt noch ankommen, ohne dass wir einschlafen. Ich hoffe, der biegt ab. Ich hoffe, der fährt in Maniwaki raus. Ich hoffe, der fährt in Maniwaki raus. Ach, und wir bekommen übrigens 35.755 Dollar für den Auftrag. Es war jetzt nicht ganz so relevant, haben wir dementsprechend dann über 200.000. Jahrhund. 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 Ja. Jahrhund. Oh, der fährt gerade aus weiter, das ist super. Auch ausgebremst. Es läuft ja jetzt gerade richtig, ey. Oh, die Scheiße. Dann weiß ich jetzt super schon mal, was ich in dem Termin einstellen kann. Dann schließen wir einfach den Revier ein bisschen auf. Schau mal, jetzt ein bisschen flotter voran. Ich glaube, ich bin da jetzt schon fast ein bisschen froh, dass wir... 73 Kilometer schon höher. Auch nicht. 70 vielleicht. Ja, ein bisschen mehr als 70. Passt also ein Jahr, ein bisschen mehr. Immerhin, jetzt geht's voran. Ich glaube, ich bin da jetzt schon fast ein bisschen froh, dass wir... gleich tanken gehen. Okay, das sind tatsächlich ein bisschen mehr als 70 Kilometer pro Stunde. Oder 70 bis 71. Irgendwas in Missouri dazwischen. vermutlich eher 70 und halb. Aber dann sind wir bald auf alle Fälle erlöst. Hoffentlich. Haben wir in der nächsten Folge jetzt nicht so eine Schleichung vor uns. Können wir uns ja gleich am Ende nochmal angucken, äh... Wobei, also am Ende gucken wir uns jetzt doch schon mal an, ob es irgendwie... Ob wir überhaupt die Möglichkeit haben, den Mack CHU Pinnacle uns zu kaufen. Und zum anderen gucken wir uns an, wie so die weitere Schleiche verläuft. Ob es eher Highway ist oder... Oder, 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 oder Country roads. Doch, guck, mal gucken, ob wir den Berg hinauf kommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie stark der Peter Hütte ist. . Sonst. 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 35 Gramm haben wir noch. 30 Gramm. Ja, aber der niedrige Tankvorstand ist mir bewusst, wir sind ja auch bald da, um zu tanken. Hoffentlich. Vorne wird es zumindest schon mal ein bisschen breiter wieder. Wir sind ja auch kurz schon vor Montreal, ich weiß nicht, weil es jetzt kurz ist, es ist ja nicht mehr ganz so weibster Montreal. Ich wollte sagen, ein bisschen mehr Gas geben, bis wir zum Truckstop kommen, aber nö, wir werden ja auch erstmal ausgebremst. Er ist ja halt wieder super hier. Er ist auch hier am Schleichen, das kommt einem ja fast so vor, als ob er einen Motorschaden hätte oder irgendwie so weit in der Richtung, oder Probleme mit irgendwas in seinem Fahrzeug. Ja, auch hier geht es mit unter 70 Kilometer auch schon weiter. Heiiger Scheiße. Ja. 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 Dann wollen wir mal auftanken. Okay. Er ist plötzlich wieder super den Schlafplatz zu finden und auf rechts und auf der linken Seite Um das kurz zu machen, vor Montréal, dieser Truckstop, da haben wir beim letzten Mal auch irgendwann mal schon mal Probleme gehabt Dann bleibt uns keine andere Wahl als uns hier vorne hinzulegen und dann fahren wir jetzt auch noch mal nach Montréal rein Bleibt uns halt nichts anderes übrig Wenn der Schlafspot da nicht funktioniert, wo ich ihn einfach nicht finde Aber gut, das ist ja auch nicht ganz so weit bis nach Montréal mehr Vor allem ja schon die Ausläufe mehr oder weniger, wir sehen ja schon die Skyline unter den Bäumen Ich schätze mal die Prozentzahl vom Schaden kommt eher durch Wie kommt denn das Gebäude näher? Oh Gott, das ist ja richtig awkward Das Gebäude, das eine Gebäude, der aufgetaucht ist, holy shit Das war ja schon mehr als awkward Oh Gott Oh Gott Okay, das ist scheinbar ein guter Spot zum Schlafen, für ein großer Spot. Okay, das ist ein guter Spot. Ja, mit dem Ausblick verabschiede ich mich dann erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wait a second. Er meinte, wir gucken erstmal nach, bevor ich alles wieder vergesse. Über das Spiel, LKW Browser, so hieß es. Haben wir eigentlich auch den Mac Pinnacle. Ich frage mich nur, warum muss man ja bei meinem Volvo Händler sein oder nicht? Also die Möglichkeit hätten wir. Soll das ja nicht. Auch wenn das ja sehr awkward aussieht. Dann lieber so. Also wie gesagt, die Mutkern, die hätten wir. So ist es ja nicht. Ich weiß ja nicht. Also eigentlich sollten wir mehr als nur die Möglichkeit dazu haben. Aber gut. Vielleicht filmen wir den ja noch. Sonst wollen wir uns einfach erst den Mac Titan. Na ja, wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es ist sicher im nächsten Video wieder. Dann fahren wir weiter Richtung, äh, Richtung B-Komo. Und, äh, liefern wir sofort aus. Und, ja. In die nächsten Folge holen wir uns dann. Du wirst wahrscheinlich den ersten, äh, eigenen LKW, den Mac Titan Superliner. Mach das gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Musik